Willkommen zurück zu Tarare Romono und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Event. Hmm... Tabe物? Tabe... Tabe物ではありませんよ. この国にもヤシロが建てられたので それらを統括なされる方がいらっしゃったのです. Hmm... だがそんなのは表向きで 実際には俺たちを監視する 目付け役だ. 朝廷車だかなんだか知らないが こんなに急いでくるとは ずいぶんと仕事熱心なことだな. Hmm... あの... ああ、すまなかった ではヨモル殿を通してくれ こちらも これが片付いたらすぐに行く いい... その... ん? 恥さまー! うおっ! えへへ、来ちゃった! か、神よ! どうしてここに... お久しぶりでございます ハクオロウ ウルト... なぜ二人が... ヨモル・ウルトリー お招きにより ここにばかり越しました こそとなります カミョです ヨモル? まさか... カムナギであるあなたらが... 姫さまー! ごしょうですから どうかお考え直しください カムナギであるあなたさまがヨモルなど 全代未聞にございます 何事も最初は、全代未聞なものです ですが、姫さまにはもっと大切なお役目が... ムント、大切でないお役目などないのですよ それにこのお役目は、世の均衡を保ち、引いては民を役から守るという大切なお役目 たとえ人に何と言われようと、私はこのお役目を誇りに思います き、聞いてたのか? はい、一部始終 それではムント、見送りご苦労様でした ここまでで結構ですから、国へお戻りください そんな、姫さま、姫さまたちを残して、どうして私一人だけ戻れましょうか? まあ ですから、姫さま、もう一度お考え直しを では、ムントもここに残るのですか? はぁ たよりにしてますよ はい、あの、姫さま あーるんちゃん ゆずっち、元気してる? うん ゆずはもあいたがっていた あ、ぼぼろ兄様 ぼぼろだ あ、そうだっけ? ぼぼuring ぼぼuring そんなことより、あるちゃん、早くゆずっちのとこに行く そんなことより… ちょっと待って! ちゃんと訂正していけろ! えるるさま、お忙しいです はい、はい こちらこそよろしくお願いします どうした? 複雑そうな顔して… 知りません そろそろな電話をごたす exhaustive... 105-hole ざった 2 Wir wissen warum. Leibkoses den Hertha? Mächi… Mächi? Mächi! Mächi… Mächi, teuski! Mächi… Mächi! Mächi! Mächi, yläwö! Mächi, ticä en kere! Mächi, ruistadeä jo! Mächi, teuski seilaa joo! Mächi, tuulia joo! Soll das? Es ist so glücklich, dass es so glücklich ist. Wow! Es ist so großartig! Oh, das ist wirklich! Wer ist diese Person? Munto? Aber... Der Hügel ist sehr schön! Ja, ich gebe dir. Oh, danke! Danke! Das ist gut, ich auch! Oh, Herr Hügel! Wenn du das so gerne möchtest, dann gehst du mir. Oh, das ist so glücklich. Oh, Herr Hügel! Das ist so glücklich. Das ist so glücklich. Aber ich habe das so glücklich. Ich bin doch, dass es so glücklich ist. Das ist so glücklich. Ich bin der Hügel als Arte zu einem höheren Hügel. Das ist wirklich glücklich! So... Das war's so. So, okay! Pues... sieh, habe ich euch weiter! Und du kannst dich nur gerne aus, ja? Oh, gefällt es euch! Alles klar! Ich bin glücklich auf auf! Ich weiß nicht, man kann sich in deinem Erloten haben mich nicht in den Zeitpunkt. Der sind nur ihre eigenen Lupe, in diesem Erloten. Genau so, wie genau? Wenn du... ... kannst du es wirklich geben? Dann kannst du es bitte. Danke, danke. Ich bin mir auch geholfen. Oh. Ow. Okay, was soll ich tun? Viele Optionen, aber Joshua geht vor. Hm? Ist jemand? Ah, mein Vater! Oh. Ja. Ja. Wir haben auch zwei. Hehehe. Wir haben alle geschrieben. Es ist sehr lustig. Oh? Was ist das? Wenn du das sagst, dann wird es nicht mehr Spaß. Wenn du das sagst, dann kannst du das sagen. Dann kannst du das auch mit dir hören. With that she starts reading again. Once upon a time in a land far, far away, there was a young god who had no name. One day he was drawn to a festival, where his heart was captured by a girl he saw among the crowd of villagers. The girl in turn developed feelings for the young god, and before they knew it, they had fallen in love. However, this upset one particular being, a Nukwizumkami, who had lived in that land since ancient times. This Nukwizumkami had been watching the girl long before the young god arrived. Though the young god had no name, he acceded at combat so the Nukwizumkami knew he couldn't defeat him head-on. So the Nukwizumkami devised a plan. He unleashed a plague, which pulled the girl down to the underworld, far beyond the young god's ability to see. Not knowing the truth of what had happened, the young god lamented over the girl's sudden death. Then one day a little bird, who the girl lovingly took care of, told the young god the truth. Now that he knew what had happened, the young god challenged the Nukwizumkami to a battle in order to rescue the girl. The gods clashed. The earth split and the skies rumbled as the two fought for seven days and seven nights. Pika! Goro goro doーん! Zupan! 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 Boku wa makke naai! Mou ichido ano ko ni ahu maでは! Na ni o ko shakuna! Kore demo kurae! Zubibi! Zupan! Goro kurae! Kore shiki no ko ta! Kore shiki no ko ta… Zupan! Zupan! Zukaukaan! Es ist sicher, dass es sehr interessant ist, oder? Ich verstehe mich, dass wir uns alle bemerkt haben. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Na? Na... Na, naぜ叩く? Kuh... Kuh... Kuch zuke o... Kuhasu... Ano... ...2 de... Ano... Ah... ...dohした no? Kuchzuke te... Nandesuka? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielleicht wissen Sie nicht? Ja. Ich glaube, dass ich es nicht so weiß, dass ich es nicht so weiß. Aber ich glaube, dass ich es nicht so weiß. Das ist... Das ist... Die... 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 Das ist einfach, dass man sich mit seinen Kuchli und den anderen Kuchli aufbauen kann. Ich meine, schön, dass er Kuro so offen darüber reden kann. Sonst ist er sonst so verklemmt gefühlt. Er überrascht mich gerade. Das ist ein einziges Bild. Aber vielleicht ist es... Vielleicht ist es für ihn kein Problem, allgemein darüber zu sprechen, wenn es nicht um ihn selber geht dabei. Keine Ahnung. Oh... Wie... 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 Das ist das... Was für etwas... Was hat eine Art? Das... Was ist... Also... Herr... Herr... Huch! Was... Was... Das war ich, oder? schnell zu sagen! Ja... Ja, das stimmt. Wenn ich mich mit einer Liebe liebte, dann wird es ein glückliches Gefühl. Oh... Oh, hee... Das ist so. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich mich nicht wusste. Ich habe mich sehr liebte. Oh mein Gott... Kamiu-chan... Was? Alu-chan... 10... Was? 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 Oh... 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 Yuzuchi! That's what we usually do with men and women! Is that right? Oh... Oh... What have you done with Yuzuha? Well... Oh... 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 Yuzuha looks at me and blazes her hand on my lips. Masaka. Before I even have time to finish the thought, Yuzuha has already pressed her lips against mine. This is the first kiss that he has in this game. Also... ... 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